Hi und herzlich willkommen für die nächste Runde gegen die Pioneers und Rocket Leach. Ich bin euer Nero und habt einfach Spaß. So, weiter geht's. Woban Central, das ist so geil, diese Stadion hier. Wenn Torfeld macht, richtig so einer Zug, ist so gut gemacht. Also von der Stadion, muss ich schon sagen, haben sie echt schön gemacht. Oh, wow. Wie so eine alte Pausenglocke. Oder halt vom Zug sind. Zug Horn. Elegant abgedreht. Biegen und brechen, wortwörtlich. Egal, Tor ist Tor. Das ist fröhliche Fratzengeballer, geht daran. So, Taxi, auf geht's. Bist ja richtig gut, hä. Ja, zack. V employ. Bist ja richtig gut. Hoh-hoh! Ja, du hast ja noch etwas Lern. Waaaitoooooo! Wee hee hee hee! Whoa! Whoa! Ah, chara! Was für eine Parade habt ihr das gesehen? Wahnsinn! Ich glaub's nicht. Kann vorbei gefahren. Na gut. Na gut. Hat aber nichts zu heißen. Das wirst du selber. Auf jeden Fall nicht langweilig. Auf jeden Fall nicht. 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 geschlechtet haben aber egal, Sieg ist Sieg darauf kommt es an würde ich nur sagen das war das Spiel gegen die Ironies, jetzt kommt Cyclones bis zum nächsten Mal wenn es dann heißt Wolverines vs Cyclones ich habe euch heute Spaß gemacht ich bin euer Nero bis dann